so ja ich will da doch nur hoch oder komme ich von da kann sein dass da irgendwie das einen anderen weg ist egal es ist so gut hier ich glaube mit diesem kurzen schwert sollte ich meinem alter ego singen star nicht gegenüber treten ja jetzt was mache ich denn jetzt die ganze zeit noch mal alles kloppen was mir auf dem weg vorbei kommt oder was das ist doch scheiße das ist doch echt mies wieso wieso muss man game over gehen oder wieso bin ich game over gegangen und habe jetzt so einen ewigen weg wieder vor mir stimmt das wäre mal eine gute idee so und hopp nein das ist doch nicht so geplant hier da los immer immer schön drauf einstechen ach das tut ihnen doch gar nicht weh so was ist da hinten auf der anderen seite da könnte ich noch lang gehen mache ich jetzt auch kann ich nicht gut hätte ja sein können orientierungslos wie sonst was bin ich jetzt wieder mal egal solange ich noch meine karte habe geht das und hab und hab und hab ich meine mit hüpfen wie hoch dennoch gehen wir erstmal hier es ist da noch mal gewesen zwei bosse natürlich jetzt will ich aber nicht noch mal dahin nein 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 nie und nimmer gehen wir wieder zurück so so und rein da wäre schön welcher schön blöd wenn ich jetzt so orientierungslos bin und ich war trotzdem ziemlich schön blöd weil ich bin da halt runter gefallen und hopp ja ja so jetzt geht es mir da hier durch ach nein magisch versiegelt scheiße scheiße so wo muss ich hin hm gute frage nächste frage ich sehe nicht durch ich sehe nicht durch hm hm das wird schon das wird schon werden so und jetzt aber irgendwo muss ich doch hin können oh ist das klein oh ist das klein ich kann das kaum lesen sehen tun machen wo sind da noch irgendwo sind da irgendwo noch türchen oder was oder wie oder wo geht es hier lang nein das ist nur ein speicherpunkt brauche keine sau ah 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 ey das gibt es doch nicht das spiel hat gerade erst angefangen und ich finde schon den weg nicht mehr wahnsinn wahnsinn ich hätte mir das überlegen sollen das nicht klein zu machen ganz ehrlich au ich gehe jetzt doch noch mal da lang so und hopp und wuuh runterfall tja irgendwie ist hier gerade nix zu finden aber danach bin ich ja hier lang gegangen so bäm 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 gehen wir jetzt einfach mal hier hoch und dann wird das schon ja da ist ein speicherpunkt ok stimmt ah hier geht es weiter ok jetzt sind wir wieder hier bei diesen Viechern klasse bäm bäm bäh ich steche auf dich ein bäh ich steche dich ab da ist es wenigstens realistisch dass ihr so viel blut verliert danach wusch ok ich habe den weg wieder gefunden hey ein wunder ist geschehen ein göttliches wunder passend zum spiel au jetzt reicht es ich werde hier rumgeschubst wie sonst ja oder was oder wie ah hilfe au ey da habe ich jetzt aber viele von denen verschossen geil sieht sieht hübscher aus das ist auch effektiver wie man gesehen hat au nein nein man ey ich sterbe hier gleich meine Lebensenergie ist nicht sonderlich hoch mehr mh 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 wow ich nehme trotzdem das das macht mehr Spaß na komm es klappt nicht ouch oh nein oh nein ich hasse Gift schön sieht besser aus jetzt ein Trank ok gute Idee wozu habe ich denn sowas noch mal rüsten trank und wie benutze ich den jetzt so oder was schön reicht äh rüsten muss ich mir jetzt immer einen Trank anlegen damit ich äh ich weiß es nicht oder kann man den nicht einfach benutzen wie normale Gegenstände auch wow knapp war das sonst hätte der mich mit seinem Gift wieder getroffen wäre nicht schön geworden nein wäre gar nicht schön geworden so komm den Boss den will ich noch mal machen und den will ich noch mal schaffen vor allem ich will das wieder ist lustiger bäms ah egal so kann man die auch machen wenn man keine Waffen Energie sag ich mal verbrauchen will oh ey ich verfall hier in Megaman Slang das geht gar nicht das kann doch wohl nicht wahr sein ich habe zu viel Megaman gezockt könnt ihr alles in meinen Next Plays nachgucken besser nicht dann wärt ihr ja schlecht dran blablabla so ups stimmt da ging es runter aha ja dann gehen wir hier lang und ah treffen wir wieder mal auf böse böse Tische oh hier ist ein Speicherpunkt es geht ja doch man muss nur richtig suchen wie es aussieht tja aber blöd weil man an allen Speicherpunkten sehr präzise vorbei rennt zum Beispiel weil man einfach nicht weiß ist da jetzt ein Speicherpunkt oder geht es da weiter hm man sollte ab und zu vielleicht doch mal zurück laufen das wäre gut so kriegt man hier was wenn man durch Wände durchhaut nö nicht mal annähernd so und zack wo sind wir äh wo bin ich was mache ich hier überhaupt und ah wieso kriege ich das Vieh nicht tot weil ich zu doof bin weil ich zu doof bin ich weiß ich kann ganz einfach so machen und dann ist er tot so hopp oh Mist so und hopp und noch mehr ähm ja jetzt gehe ich einen anderen Weg ich weiß nicht wieso und guck mal eine komische Puppe au die habe ich zerteilt war aber nur eine Puppe also wow egal ah genau ich kann auch so rückwärts komisch machen wie mein alter Ego das ja hinbekommen hat ah was haben wir denn da was haben wir da ich habe ein Level Up yay und was habe ich bekommen Geistersphäre Relikte Geistersphäre zeigt Schaden beim Feind das ist sehr schön so das äh das ist eigentlich das was bei Area of Sorrow schon Standard ist oh ich mache ja nicht viel Schaden sehr schön tja bei Area of Sorrow da wurde der Schaden so oder so angezeigt und hier ja da musst du halt was dafür finden na puh was solls so und so und so ah na komm das ist doch nur ein Herz und das ist ein großes Herz ich habe ein großes Herz ja wer hätte das gedacht ähm 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 oh was haben wir denn dagegen uns gestellt wow böse au der kann ja weit ausholen nein 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 haha haha sag ich ja ah nein 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 ja haha jetzt ist er tot tja hat er so gewollt er hat's ja er hat's herausgefordert ich mit meinem kleinen Kurzschwert ich habe echt das kürzeste was gibt wie es aussieht woopsa muss ja unbedingt den Typen besiegen ey was ist das denn boah der hat ja komische Ninja Waffen aus Holz Dinger woppa 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 und woppa und ja ähm ah hier haben wir diese komischen Feuergeisterchen wow und die machen böse Geräusche wenn wir sie treffen wein doch ey willst du noch Käse dazu so tschu 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 hoppa zacka und was ist das denn jetzt ich wette wir werden dann irgendwann auch ein Gegenstand kriegen der uns die Namen von diesem Viecher was wie böse ist der der macht ja über Schaden nein ich bin schon wieder Game Over hm Mist das kann ein ziemlich langes und böses Let's Play werden ach wisst ihr was ich mach für heute erstmal Schluss und dann geht's weiter bye 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 n